Musik Musik war ein sehr wichtiger Bestandteil, da es für mich natürlich wichtig war, das Implantat so einstellen zu können, sodass es mir beim Musizieren auch hilft. Und die Musik hat mein Gehör im Grunde genommen verfeinert, sodass es mir eigentlich sehr leicht gefallen ist, mit dem Implantat zurechtzukommen, weil mein Gehör eigentlich schon sehr fein und auch feine Töne zu hören, ja, bestimmt war sozusagen. Mein Gehör war einseitig sehr gut, nämlich rechts mein gesundes Ohr, links war es eher schlecht, habe ich nur circa 30 Prozent gehört von dem, was ich eigentlich hätte hören sollen. Mich hat bewegt, eine Lösung für mein Hörproblem zu suchen, aufgrund dessen, dass ich Musiker bin und dementsprechend ein Hörverlust sehr beeinträchtigend ist. Und auch in meinem sonstigen Leben hat es mich einfach gestört, die sehr wenige Hörer. Und ich sollte dann ein Hörgerät ausprobieren, allerdings hat das nicht funktioniert und dann hat mein Ohrarzt mir eben dieses Implantat nahegelegt und ich habe mich dann dafür entschieden. Die Vibrant Soundbridge hat sich positiv auf meine musikalische Karriere ausgewirkt, denn es fällt mir sehr viel leichter, feine Details zu hören und auch die Intonation hat sich sehr stark verbessert. Vorher ist es mir eher schwieriger gefallen, Intonationsschwierigkeiten zu bemerken. Mittlerweile kann ich es sehr gut hören und auch dann selbst gegensteuern. Meine Hörqualität würde ich mit einer 10 beschreiben, mit meiner Vibrant Soundbridge. Mein Alltag ist mit dem Implantat insofern einfacher geworden, dass ich selbst sehr viel weniger laut spreche, als ich es vorher gemacht habe und auch weniger laut Fernsehen schauen muss zum Beispiel. Vor allem ist es aber sehr viel angenehmer, da ich nicht so oft nachfragen kann. Weil ich Dinge nicht verstehe und dabei fühle ich mich mit dem Implantat jetzt auch sehr viel wohler als vorher. Also meine Hobbys sind neben dem Singen laufen. Ich gehe circa zwei, dreimal die Woche laufen, um fit zu bleiben und das ist natürlich auch sehr wichtig für das Singen, um Ausdauer zu behalten. Ich gehe gerne schwimmen, Skifahren, spiele auch im Orchester mit dem Waldhorn und spiele noch Gitarre und Klavier. Der Samba 2, der hilft bei diesen Tätigkeiten eigentlich auch. Vor allem natürlich im Orchester ist eine sehr gute Hilfe, wie auch beim Singen, beim Klavierspielen natürlich auch. Dasselbe gilt für das Gitarrespielen. Meine Botschaft für Menschen mit Hörproblemen ist, gebt nie auf. Es gibt immer eine Möglichkeit, das Gehör zu verbessern über ein Hörgerät oder über ein Implantat und dadurch wird dann vieles sehr viel leichter in eurem Leben. Teil 11, 4 Gen. Teil 11, 5 Gen. Strafik Gitarre Ausgaben Tagescket